Antworten auf jede Anforderung. Kampa setzt mit seiner Effizienz in der Planung neue Standards für den Mehrgeschossbau. Ob für kleine oder große Flächen, mit der dreidimensionalen Planung und der ausgereiften Plattformsystematik lassen sich viele Raum- und Grundrissvarianten umsetzen und das bei unverändertem Tragwerkskonzept. Auf diese Weise lässt sich vom ersten Grundriss an Zeit sparen. Diese Effizienz beim Entwurf führt auch aufgrund der automatisierten Planungsphase zur Halbierung der Planungskosten. Das ist das Effizienzprinzip von Kampa.